Fahrt von Innerwig-Graten nach Thales Abfahrt von Bergled Rechtsabzweigung in die Hochbergstraße Vorbei am Apartmenthaus Gut Wenger Wir passieren einen Wildbach und den Führrathof Abfahrt ins Ahntal Kammeliesenbach Im Ahntal entlang des Wilgratenbaches Bei der Kapelle zweigen wir zum Klappbachwasserfall ab Das ist ein Kiel Das ist ein Kiel Das ist ein Kiel Das ist ein Kiel Der Ehren der hole Da ist ein Kiel Wir fahren bis zum Brücklein, wo der Fußweg zum Klappbachwasserfall startet. Wir fahren bis zum Brücklein, wo der Fußweg die Hand befestigt dem Fall aus der Brücklein. Und jetzt die anglose Klappbachwasserfall mit einem Messer, das ich anstabliere das Pflücklebte. Die просpielte ich an, das hier noch mehr, ich werde weiter mit einem Klappchen in der Brücklein, Wir fahren dann hin zum Brücklein, ich werde die Hü weatheren, bis wir in den Brücklein werden, mulheres Bauten aus dem Brücklein von Brücklein, haben wir in den Brücklein und Annetzungen des Brücklein, Das war's für heute. Am Wasserfall gibt es eine schöne Aussichtsplattform. Das war's für heute. Das war's für heute. Die Unterstahler Alm Blickrichtung Oberstahler Alm Der Klappbachwasserfall in seiner ganzen Pracht von der Außenstation Unterstahler Alm zu Oberstahler Alm Der Klappbachwasserfall in seiner ganzen Pracht Die Oberstahler Alm mit alten Holzhäusern und einer Kabine Was ist das Kirchlein? Ist der Brungen? Was ist der Brungen? Hallo! Was ist das Kirchlein? Was ist das? Was ist das? Was ist das? Fahrt durch die obere Anzahl. Da gibt es die Beine zu retten. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Bei der Mauer linksabzweigung zum Degenhorn. Der Aufstiegsweg von der Oberstallale. Vielen Dank. Blick auf die verschneiten Serpentinen Richtung Antaler Lenke. Vielen Dank. Die große Furt über den Arntalbach. Abfahrt durchs Arntal zum Sinkersee. Vielen Dank. Hier sind wir zuerst von Berglett über den Führerthof heruntergekommen. Trail zur unteren Schotterstraße Richtung Sinkersee. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Rundgang um den Sinkersee. Vielen Dank. 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 Abfahrt am Kalksteiner Bach. So. So. Und jetzt? Was machen wir jetzt? Oh. Oh, Monthly. ersing. Ach. Fuckrenive. Oh. Oh. Die finale Abfahrt nach Innavilgraten. Die finale Abfahrt nach Innavilgraten.